Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem kleinen Microsoft Excel Tutorial. Im heutigen Video wollen wir uns anschauen, wie ich in Excel quadratische Zellen erzeugen kann. Das ist eigentlich ganz einfach und ich öffne dafür mal eine kleine Tabelle, mit der ich schon mal gearbeitet habe. Und hier wollen wir jetzt quadratische Zellen wie diese erzeugen. Dafür haben wir zwei Möglichkeiten und ich zeige beide, denn die erste hilft auch so ein bisschen, die zweite später vollautomatisch umsetzen zu können, weil wir damit ein paar Informationen gewinnen. Die erste Möglichkeit, die wir haben, ist das Ganze mit der Maus zu machen. Das hat nämlich den Vorteil, dass, wenn ich hier mal dran klicke, ich die Höhe nicht nur einstellen kann, sondern auch eine Information bekomme, hier zum Beispiel 15. Für uns sind jetzt immer die Werte wichtig, die vor den Pixeln stehen. Das heißt, hier steht 15. Mache ich das gleich jetzt mit der Spalte. Sehen wir, dass das hier ganz andere Werte sind. So gesehen ist die Spalte ja deutlich länger, aber der Wert ist viel kleiner. Deswegen richten wir das jetzt mal an den Pixeln aus. Das waren 20 Pixel und wir sehen, der Wert dafür ist 2,14. Das heißt, die Zeilenhöhe ist 15, die Spaltenbreite 2,14. Das hilft uns sehr, wenn wir jetzt nicht nur diese eine Spalte quadratisch machen wollen, sondern zum Beispiel diesen ganzen Bereich. Und das machen wir jetzt mal. Dafür habe ich ihn markiert. Dann bleiben wir in der Registerkarte Start, gehen in der Gruppe Zellen auf Format und jetzt hier auf die Zeilenhöhe. Und die muss natürlich 15 sein, ist deswegen jetzt hier richtig eingestellt. Sage ich nur, wenn ihr andere Werte haben wollt, dann müsstet ihr etwas anderes hinterlegen. Wir drücken auf OK und das ist fertig. Gehen wir wieder auf Format und jetzt in die Spaltenbreite, geben wir jetzt hier den Wert 2,14 ein. Den haben wir gerade gelernt, deswegen war es wichtig, dass wir das einmal gemacht haben. Und klicken auf OK. Und schon sehen wir, dass wir jetzt hier quadratische Zellen erzeugt haben. Von daher relativ einfach, wenn man weiß, wie es funktioniert. Am Ende habe ich noch einen kleinen Tipp für euch, denn wenn euch diese Werte, die wir hier gerade gewonnen haben, ein bisschen zu abstrakt sind und ihr zum Beispiel ganz genaue Zentimeterwerte habt, die ihr umsetzen müsst, dann wechseln wir zunächst mal in die Ansicht. Und bei Arbeitsmappenansicht gehen wir auf Seitenlayout. Das sorgt dafür, dass jetzt hier oben alles in Zentimetern angezeigt wird. Und auch, wenn ich jetzt mit diesen Werten wieder arbeite, unter Format und zum Beispiel Spaltenbreite, das Ganze jetzt in Zentimeter umgerechnet wird. Das heißt, hier könnte ich jetzt mit Zentimeterwerten arbeiten, wenn ich die schon vorliegen habe und muss das nicht in irgendwelche Pixel oder anderen Sachen umrechnen. Das nur so als Tipp, den ich euch noch mitgeben wollte. Und das war es an dieser Stelle auch schon. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wir sehen uns im nächsten Tutorial wieder. Bis dahin, euer Shavo. Ciao. Bis zum nächsten Mal.